Ich wünsche euch allen noch von Herzen ein gutes Neues. Ich hoffe, ihr seid gut gestartet in dieses Jahr. Und diese Woche zwischen Weihnachten und Neujahr ist ja so eine Woche, in der man sich Gedanken macht, manchmal so über Rückblick und Ausblick, was war im vergangenen Jahr, was kommt im neuen Jahr. Und der Oli hat es schon gesagt, manchmal sind gewisse eher zuversichtlich aufs Neue, gewisse eher so ein bisschen ängstlich. Und ja, ich weiss nicht, zu welcher Gruppe du dich eher erzählst. Wenn man so ins neue Jahr reinschaut, dann kommt ja immer auch schnell das Thema der guten Vorsätze für das neue Jahr. Und wir wissen alle, das ist so eine Sache mit diesen guten Vorsätzen. Die können schnell auch zu anstrengenden Vorsätzen werden. Und vielleicht kennst du den Spruch, ich brauche keine neue Vorsätze, die alten sind praktisch unantastet. Vielleicht geht es dir so. Du kannst einfach die guten Vorsätze vom letzten Jahr wieder führern. Oder dir gefällt mir auch, der Spruch, der passt mehr so zum Thema Rückblick. Ich wollte dieses Jahr 10 Kilogramm abnehmen, fehlen nur noch 13. Ja, so gute Vorsätze, die können manchmal ein bisschen entmutigend sein. Und man geht da relativ schnell auf. Hilfreicher als gute Vorsätze finde ich, wenn man sich in dieser Zeit des neuen Jahres, wenn das neue Jahr gerade anfängt, bewusst Gedanken macht über die Prioritäten im Leben. Was ist mir eigentlich wichtig? Was soll in meinem Leben eigentlich Priorität haben? Weil, sind wir ehrlich, so durch ein Jahr, durch Alltagstrott, alle Verpflichtungen, die man hat, da kann es schon passieren, dass man so ein bisschen aus den Augen verliert, was einem eigentlich wirklich wichtig wäre im Leben. Neben Arbeit und Familien und Freizeit und Hobbys und sonstigen Verpflichtungen und Herausforderungen kann das manchmal ein bisschen vergessen gehen. Und ich glaube, es ist gut, sich am Anfang eines neuen Jahres wieder zu überlegen, was ist mir eigentlich wichtig? Was sollte Priorität haben? Oder anders formuliert, was ist eigentlich so mein Herzensanliegen? Was sind meine Herzensanliegen? Ich weiss nicht, ob du das formulieren kannst für dich in ein paar Sätzen. Was soll, was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Was, auf was möchte ich mich eigentlich fokussieren? Was soll Priorität haben? Und ich meinte, wenn uns das gelingt, immer wieder Priorität zu sehen, unser Herzensanliegen zu sehen, dann ist es auch einfacher, nicht unbedingt Vorsätze nehmen fürs Neujahr, sondern auch Entscheidungen zu treffen, die in diese Richtung führen. Und ich glaube, es ist auch einfacher, mal schwierige Zeiten durchzuhalten, wenn wir wissen, mal das ist mir eigentlich wichtig. Das ist eigentlich mein Herzensanliegen. Und zum Start des neuen Jahres möchten wir uns die Jahreslosung von diesem Jahr anschauen. Und offiziell heisst die so, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und mir scheint es, dass der Vers aus Johannes 6, 37, so eine ganz kompakte Form ist, wo wir das Herzensanliegen von Gott in ganz wenigen Worten zusammengefasst sehen. Das Herzensanliegen von Gott. Und gleichzeitig werden wir in dieser Predigung sehen, spüren wir auch etwas von der Spannung, die Gott hat mit diesem Herzensanliegen. Und gleichzeitig möchte ich auch in dieser Predigung ein paar Sachen darüber sagen, was dieser Vers ganz praktisch für jeden Einzelnen und auch für uns als Ländskiller könnte bedeuten, für die nächsten Wochen und Monate, wenn wir reingehen in das neue Jahr. Und ich lade dich ein zum Start von diesem neuen Jahr, zum Start zu dem ersten Gottesdienst in diesem Jahr, dass du einfach dein Herz ganz weit aufmachst, dass du dir deine Gedanken weit aufmachst und dass du erwartest, dass der Heilige Geist heute zu dir redet, dass er Impulse setzt in deinem Leben, dass er etwas vielleicht Neues reinredet in dein Leben. Und der Vers, Johannes 6, 33, das ist der erste Teil, die offizielle Jahreslosung, die lässt einen Teil von diesem Vers weg, nämlich der erste Teil. Eigentlich ist es nur Teil 2 und 3 von diesem Vers, der vorkommt. Ich möchte euch aber den ganzen Vers ein bisschen näher bringen. Und wir machen das heute so, dass ich diesen Vers hier aufschreibe aufs Whiteboard, weil wir werden sich die ganze Predigturen mit diesem Vers beschäftigen. Und ich möchte aufschreiben, dass wir wirklich so ein bisschen eintauchen in den Vers, ein bisschen darüber nachdenken, nicht zu schnell darüber hinweg hetzen. Und der Anfang des Vers lautet eben so, Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Ich glaube, das haben sie weggelassen, weil es einfach sonst zu lang geworden wäre, für so einen Jahresvers. Das ist der erste Teil von diesem Vers. Und da geht es eben, und da glaube ich, ist ganz wichtig, zuerst einmal um den Vater. Und von dem Vater, von Gott dem Vater, geht die Initiative aus. für die Rettung und die Heilung und die Wiederherstellung von dieser Welt. Die Initiative geht vom Vater aus. Und wir haben ein falsches Bild von Gott, wenn wir das Gefühl haben, Gott, der Vater, der Gott vom Alten Testament, ist so der unkontrollierbar zornige Gott, der dann Jesus auf die Welt hat müssen, um ihn irgendwie auf eine Art zu besänftigen mit seinem Tod am Kreuz. Es hält sich immer noch so an vielen Orten das Bild, dass der Gott vom Alten Testament irgendwie ein rachsüchtiger, blutrünstiger, wütend, zorniger, ähm, zorniger Gott ist. Und dass Jesus dann glücklicherweise auf die Welt gekommen ist und uns ein ganz anderes Bild von Gott gezeigt hat. So wie wenn Gott gedacht hat, ah, warte schnell, jetzt müssen wir irgendwie noch die Meinung über mich ändern, also komm, wir schicken Jesus. Aber das stimmt so überhaupt nicht. Es ist schon immer das Herzensanliegen gewesen von Gott, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen geheilt werden, dass die Welt wiederhergestellt wird und das ist nicht nur seit Jesus das grosse Herzensanliegen von Gott. Das ist schon im Alten Testament so gewesen. Ich möchte euch einfach ein paar Versen zeigen, um zu zeigen, wie das schon im Alten Testament das Anliegen von Gott war. Zum Beispiel Hesekiel 33, 11 Doch ich Gott, der Herr, schwöre, so wahr ich lebe, mir macht es keine Freude, wenn ein gottloser sterben muss, nein, ich freue mich, wenn er von seinen falschen Wegen umkehrt und am Leben bleibt. Es ist nie der Herzenswunsch gewesen von Gott, das Menschen zu bestrafen. Es ist nie, Gott hat nie Freude daran, wenn Menschen irgendwo gestraft werden oder verloren gehen. Das ist nie das Herzensanliegen gewesen von Gott oder sehr eindrücklich gesehen wir auch im Prophet Hosea, Kapitel 11, Vers 8, da heisst es, Ach, wie könnte ich dich im Stich lassen, Ephraim? Wie könnte ich dich aufgeben, Israel? Sollte ich dich vernichten, wie die Städte Adma und Seboim? Nein, es bricht mir das Herz, sagt Gott. Nein, es bricht mir das Herz. Ich kann es nicht, ich habe Mitleid mit dir. Da spüren wir etwas, wie Gott selber mit sich ringt, weil er es nicht mehr übers Herz bringt, Israel zu bestrafen. Das ist der Vater, von dem die Initiative ausgeht, die Welt zu retten und zu heilen. Der Gott im Alten Testament ist der gleiche, liebende und barmherzige und freundliche Gott, wie man ihn in Jesus von Nazareth dann sieht, wie er auf dieser Welt gelebt hat. Es ist die Initiative vom Vater, die Welt zu retten. Und das Thema, das Thema von wie sehen wir Gott im Alten Testament, wird übrigens eines von den Themen, die uns beschäftigt, dieses Jahr. Wir werden eine Predigtreihe haben vor Ostern zum Thema Gott vom Alten Testament. Da müssen alle unbedingt dabei sein. Jetzt die Frage ist, was ist denn eigentlich das Herzensanliegen von Gott? Wie könnte man das formulieren? Oder um ein älteres Wort zu brauchen, was ist eigentlich der Wille von Gott? Und das ist so ein bisschen verstreckt in dem Gibt, weil der Wunsch, das Herzensanliegen von Gott, ist, dass alle Menschen ewiges Leben bekommen. Schaut euch mal diesen Vers an. Kurz, zwei Vers später sagt Jesus, denn mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und dass ich sie am letzten Tag auch vorweg habe. Wichtig ist jetzt, ewiges Leben ist nicht das, wo viele darunter verstehen, nämlich, dass man nach dem Tod nicht stirbt oder dass man nach dem Tod in den Himmel kommt. Das ist nicht das, was Jesus unter ewiges Leben versteht. Weil am Schluss von dem Vers sagt er das auch noch. Das wird auch noch dazukommen. Du verstehst nach dem Tod. Ewiges Leben ist nicht etwas, was mal nach dem Tod wirkt, sondern ewiges Leben bezeichnet eine Qualität von Leben, die jetzt, heute und da in dieser Welt schon möglich ist. Jesus will uns eine neue Qualität von Leben schenken. Der Vater will uns eine neue Qualität von Leben schenken. Ein Leben, das mitten in der Unvollkommenheit unserer Welt, mitten in der Hoffnungslosigkeit unserer Welt uns ein Leben schenkt, das prägt ist von Freude, das prägt ist von inneren Frieden, das prägt ist von tiefer Hoffnung, von echter Liebe, von echter Barmherzigkeit. Das ist ewiges Leben, eine Qualität, die Gott uns schenken will, eine neue Art von Leben. Und dann, in all diesen Versen, Johannes 6, ihr könnt es auch mal nachlesen, im Kontext, kommt ganz oft, oft das Wörtchen alle vor. Und das ist so, ziemlich einfach zu verstehen, es ist der Herzenswunsch von Gott, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will, dass alle Menschen ewiges Leben bekommen. Das ist sein Anliegen. Paulus formuliert so, erst Timotheus 2, er sagt, denn er, also Gott, will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Der Wunsch, der Wille, die Absicht, der Herzenswunsch von Gott ist, dass alle Menschen gerettet werden. Er hat nicht irgendwelche Menschen dazu berufen, dass sie eh mal irgendwann in die Hölle werden gehen, sondern der Wunsch von Gott ist eigentlich, und wieso ich eigentlich sage, werden wir nachher noch genauer sehen, ist, dass alle Menschen gerettet werden. Es ist sein Herzenswunsch, dass alle Menschen ihn erkennen. Von dem Vater geht die Initiativen aus. Das ist der erste Teil und vielleicht merkt ihr, dass der relativ wichtig ist, darum habe ich den nicht weglassen können. Und dann kommt die eigentliche, die eigentliche, die Jahreslosung, wie nachher heisst es und wer zu mir kommt. Und da geht es jetzt nach der Initiative eigentlich um eine Einladung. Was Jesus hier ausspricht, ist eine Einladung. Und das ganze Leben von Jesus ist eine grosse Einladung an die Menschen. Die Leute haben sich angezogen gefühlt von Jesus. Die Leute sind zu Jesus gekommen. Das sehen wir schön im Kontext von diesem Vers. Kapitel 6 beim Johannes fährt damit an, dass Jesus 5000 Leute sessen gibt. und das zeigt etwas vom Erbarmen, von der Barmherzigkeit, wo Jesus gab. Er hat gesehen, dass die Leute materielle, körperliche Nöte haben und hat sich um das kümmert. Jesus hat nie sich nur einfach um die geistlichen Nöte von den Leuten kümmert, er hat sich immer auch um die körperlichen und die materiellen Nöte kümmert. Er hat immer beides im Blick gehabt. Und gleichzeitig hat er die Leute eingeladen, auch weiterzusehen, sich nicht nur um die äusserlichen Sorgen zu drehen, sondern tiefer zu schauen, was wir eben noch als Menschen auch für geistliche, für seelische Bedürfnisse haben. Das sehen wir schön, weil die Leute waren so begeistert von Jesus, dass er Brot vermehren kann, dass sie kurze Zeit später wieder zu ihm gekommen sind und gesagt haben, komm, mach noch mehr von diesen Wundern, das ist so toll, dann müssen wir ja nicht mehr arbeiten gehen, und in Gott müssen wir auch nicht mehr, wenn du einfach für uns und dann sagt Jesus etwas Interessantes, er wies sie aber darauf hin, dass es noch um mehr geht, er sagt, statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt, wieder, nicht das Leben nach dem Tod, sondern eine neue Qualität von Leben im Hüt und jetzt, diese Nahrung wird euch der Menschen so umgeben, denn ihn hat Gott, der Vater, als der Wundertäter ist, nicht einfach der Weihnachtsmann ist, der schenkt, den man gerade braucht, das macht er auch, aber er sagt, es geht nur um etwas mehr, es geht nur darum, dass ihr eine tiefe Sehnsucht habt, ein tieferes Loch in eurer Seele, das ich stoppen, das ich fülle will, und schaut auch da an, schaut da genauer an. Also er sagt, Jesus will aufmerksam machen in dieser Einladung, dass wir nicht nur äusserliche Bedürfnisse haben, körperliche Bedürfnisse, sondern eben auch die seelischen, die geistlichen Bedürfnisse. Und gleichzeitig hat Jesus auch die Einladung einfach an alle Menschen ausgesprochen. Es sind ganz unterschiedliche Leute zu ihm gekommen und das sieht man schön im Johannes, wenn man das so durchlässt, die Begegnungen. Johannes 3 ist die Begegnung von Jesus mit dem Nikodäus, ein gelehrter, hochangeseheniger, ein top gescheiden religiöser Mann, wozu Jesus kommt, wo diese Einladung annimmt, bis zu einem gewissen Grad. Kapitel 4 ist die berühmte Begegnung von Jesus mit einer samaritanischen Frau am Brunnen. Diese Frau war alles andere als angesehen. Die war moralisch kein grosses Vorbild. Sie hatte x Männer verheiratet und mit dem Mann, der war auch nicht verheiratet. Also ein ziemlich kompliziertes Leben. Jesus lädt sie ein, zu ihm zu kommen. Kapitel 5 ist die Begegnung von Jesus mit einem chronisch kranken Mann. seit Jahren krank, körperlich eingeschränkt und Jesus begegnet auch ihnen, lädt auch ihn ein. Also wir haben die ganze Bandbreite. Egal ob einflussreich und gelehrt und reich, egal ob ausgestossen und verachtet, egal ob krank, eingeschränkt, behindert, alle Menschen sind bei Jesus willkommen. Diese Einladung, das gilt für alle, dass sie zu Jesus kommen dürfen. Und Jesus formuliert in diesem Zusammenhang die Einladung mit einem von seinen berühmten Ich-Bin-Wort. Zwei Vers vor der Jahreslosung heisst es, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und Jesus macht da einen konkreten Vergleich. Er sagt, so konkret, wie wir Hunger haben und das Bedürfnis haben zu essen, so konkret, wie wir Durst haben und das Bedürfnis müssen stillen, so konkret haben wir auch eine Sehnsucht in uns, in unserer Seele, die nicht einfach gestillt werden mit dem nächsten Erfolg, mit dem nächsten Bonus, mit dem nächsten Monatslohn, mit den nächsten Ferien, sondern eine Sehnsucht in uns, sagt Jesus, die so real ist wie Hunger und Torst, die aber nur bei mir gestellt werden. Und etwas ist da auch noch ganz wichtig, Jesus sagt, wer zu mir kommt. Die Einladung von Jesus ist nicht primär eine Einladung zu irgendwelchen Glaubenssätzen, die wir abhüllen und sagen müssen, das sehe ich gleich. Die Einladung zu Jesus ist nicht primär eine Einladung in der Kirche, obwohl ich das auch wichtig finde. Es ist primär eine Einladung zu einer Person, zu Jesus selber, der sagt, komm zu mir. Jesus lässt dich ein, nicht der Pastor, nicht Lenzkille, Jesus lässt dich ein und sagt, komm zu mir, wenn du Hunger hast, wenn du Durst hast. Wenn du merkst, dass das letzte Jahr dich wahnsinnig viel Angst einjagt, Jesus sagt, komm zu mir, ich lasse dich ein. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir als Lenzkille am Anfang des Jahres leben, wie wir diese Einladung konkret leben. Und wir haben gedacht, wie wir das ausleben, dass Jesus sagt, komm zu mir oder wer zu mir kommt, dem will ich seinen Hunger und Durst stillen. Wir haben uns entschieden, dass wir in zwei Wochen wieder die Gebetswoche machen. Und die Gebetswoche findet wieder in der Cafeteria statt, ganz ähnlich wie im letzten Herbst. Die können sich auf etwas einstellen einstellen und die Idee ist einfach, dass wir am Anfang des neuen Jahres dieser Einladung von Jesus Priorität geben und sagen, ja, ich nehme mir eine Zeit, eine Stunde, mehrere Stunden und ich komme zu Jesus. Und die Idee ist, dass der Raum offen ist, auch rund um die Tour, dass man hinzukommen und die Zeit mit Jesus haben kann. Dass wir unseren Durst, dass wir unseren Hunger bei ihm stillen können. Aber, und jetzt kommt eben noch ein Aber, es ist und bleibt eine Einladung. Es ist und bleibt eine Einladung. So wie wir als GL oder ich als Pastor niemand dazu zwingen in den Gebetsraum kommen in zwei Wochen, auch wenn ich das mega wichtig finde oder gut finde, ich kann niemand dazu zwingen. So und noch viel stärker kann Gott niemand zwingen, zu ihm zu kommen. Und das glaube ich ist wirklich die ganz grosse Spannung, die Gott in sich selber drin hat, wenn man so etwas sagen kann. Gott hat das Herz und alle. Sein Wunsch ist, dass alle Menschen gerettet werden, aber er kann niemand dazu zwingen, zu ihm zu kommen. Weil Zwang ist das Gegenteil von Liebe. Zwang ist das Gegenteil von Freiheit. Und Gott ist ein Gott von Liebe und Freiheit. Darum kann er niemand zwingen, und darum ist der Herzenswunsch von Gott noch nicht in Erfüllung gegangen. Weil er niemand dazu zwingen kann. Gott, der Vater, wird nie jemand zu Jesus hinprügeln. Jesus wird nie jemand zu sich hinreissen. Gott wird dich nie zu deinem Glück zwingen. Es ist eine Einladung, wo wir immer wieder sagen müssen, ja, ich will, ich komme gern zu dir, Jesus. Das ist der zweite Teil, die Einladung. Und dann kommt noch der letzte Teil des Verses und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jetzt wird es doch knapp. Und da sehen wir jetzt noch etwas von der radikalen Offenheit von Jesus. Die Einladung von Jesus ist nicht an irgendwelche Hintergedanken gebunden. Es gibt keine versteckten Anforderungen. Es ist nicht so, ah, das ist eine Einladung, aber wenn ihr kommt, müsst ihr dann schon noch das, das und das mitbringen, das, das ist die Voraussetzung, sondern die Einladung von Jesus hat keine Voraussetzung, hat keine Anforderungen. Wir müssen nicht ein besonders schlechtes Gewissen haben, um zu Jesus zu kommen. Wir müssen auch nicht ein besonders gutes Leben haben, um zu Jesus zu kommen. Wir müssen auch nicht irgendwelche religiöse Anforderungen erfüllen. Wir müssen auch nicht irgendwo irgendetwas erledigen und gemacht haben, um zu Jesus zu kommen. Jesus hat eine radikale Offenheit für uns alle. Jeder ist bei Jesus willkommen. Und was interessant ist, im Griechischen das Wörtchen nicht ist eigentlich verstärkt. Also eigentlich ist es sehr nicht, aber das kann man so nicht sagen. Auf Deutsch würde man eigentlich sagen nie und nimmer oder keines falls sonst noch verstärken. Also Jesus sagt, wer zu mir kommt, der werde ich nie und nimmer abweisen. Und dann ist auch noch interessant, was da mit dem Abweisen gemeint ist. Man kann es auch wörtlich übersetzen mit hinausweisen. Also es hat wie eine Richtung rausweisen, aus etwas heraus. Und man hat sich überlegt, was hat Jesus da gemeint. Ein guter Hinweis, habe in den Kommentaren gelesen, ist, dass Jesus in Johannes ist ein anderes wichtiges Bild von Jesus, ist der Hirt mit seinen Schaf. Das kommt immer wieder vor. Also Jesus scheint zu sagen, es gibt kein Schaf, das ich aus meiner Herde herausweise es gibt kein Schaf, das bei mir nicht willkommen ist. Ich als guter Herd nehme alle Schafe auf, egal wie sie sind und wie sie aussehen und ich werde kein Schaf herausweisen und die Herausforderung ist natürlich da, dass die Herde auch immer ein Bild ist für die Gemeinde von Jesus. Und jetzt wird es noch herausfordernd. Weil in Theorie würden alle Christen sagen, ja natürlich, bei Jesus sind alle Menschen willkommen, egal von wo und welchen Hintergrund sie mitbringen, alle Menschen sind bei Jesus willkommen. Aber vielleicht die herausforderndere Frage ist, ist in der Herde von Jesus in der Gemeinde von Jesus sind dann da alle Menschen willkommen. Können mir von Herzen sagen, alle die zu Jesus kommen, die auch mehr nicht anweisen. Bei Jesus sind die Ausländer und die Einheimischen willkommen gewesen. Bei Jesus sind die Menschen mit guter Ausbildung und mit schlechterer Ausbildung willkommen gewesen. Bei Jesus sind die homosexuell Empfindenden willkommen und es sind die heterosexuell Empfindenden willkommen. Bei Jesus sind Singles willkommen und es sind die Verheirateten willkommen und es sind die Gescheidnigen willkommen. Bei Jesus sind die Armen willkommen, bei Jesus sind die Reichen willkommen. Und die Frage ist, sind die bei uns auch willkommen? Sind die bei uns in der Lenzkille auch willkommen? Die Gefahr ist, dass man als Kille ein relativ kleines Segment der Gesellschaft abdeckt. Und die Leute in einer Kille sich alle ein bisschen gleichen. Also ich meine es nicht äusserlich so, aber gleich so von Herkunft und Status usw. Und natürlich wird es nicht möglich sein, eine Kille zu haben, wo man alle Subkulturen, die es irgendwie gibt, auf der Welt abdecken. Das ist mir absolut klar. Eine Kille hat immer etwas mit dem Ort und mit den Leuten. Es ist immer eine gewisse Gruppe. Darum gibt es auch verschiedene Kille. Darum finde ich es gut, dass es verschiedene Kille gibt. Aber es sollte uns ein Anliegen sein, dass wir die grosse Offenheit von Jesus in unserem Leben und in unserer Kille widerspiegeln. Wir sollten uns darum bemühen, dass die klassischen Grenzen von Rassen, von Geschlecht, von Herkunft, von sozialem Status, von was auch immer wir für Grenzen machen, dass die in der Kille keine Rolle spielen. Und dass wir so die Offenheit von Jesus abbilden können. Und etwas Kleines, was wir in diese Richtung tun wollen in diesem Frühling als Lenz killen, ist ein Versuch. Wir möchten nämlich, dass noch viele Leute den Jesus kennen lernen, der sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht anweisen. Und wir möchten das mal so probieren, dass wir gemeinsam im Frühling gewettet, als Kille hier vor Ort miteinander die erste Staffel von Josen zusammenschauen. Ich weiss nicht, wer diese Serie schon geschaut hat, aber mich hat die unglaublich berührt. Mir scheint, dass sie es fertigbringen in dieser Serie, Jesus so darzustellen, wie ich mir das vorstelle. Nämlich Jesus, der wirklich sagt, wer zu mir kommt, der werde ich nicht abweisen. Es ist eine faszinierende Geschichte von ganz vielen Menschen, die Jesus kennen lehren und mit ihm einen Weg gehen und erleben, dass Jesus sie nicht abweist. Und ich wünschte mir, dass wir das für uns wieder ganz neu erleben, aber dass wir auch Leute in unserem Umfeld einladen, das mit uns zusammen zu entdecken. Und damit wissen, worüber wir sprechen, schauen wir uns den Trailer an dieser Serie. Das muss ich allen erzählen. Das hatte ich gehofft. Mein Sohn, Sie haben keinen Wein mehr. Mutter, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich bin bereit, Vater. Es hat begonnen. Was denn? Wunder. Zeichen und Wunder. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. An dir ist ein Wunder geschehen, Maria. Ich habe ihn gesehen. Es war unglaublich. Andreas. Vater Unser. Vater Unser. Der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Der Mann hat Anhänger. Er ist ein Abtrünniger, der sich vor keinem rechtfertigt. Du hast mich mal gefragt, ob ich seinen Namen kenne. Nun kennt jeder seinen Namen. Und ich fürchte um seine Sicherheit. Benutzt beim nächsten Versuch dieses Netz. Glaubst du, unmögliche Dinge passieren werden? Dass die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden können? Dass etwas nicht erklärt werden kann? steh auf. Matthäus, Sohn des Alpheus. Ja? Aber das ist was anderes. Gewöhn dich an anders. Mein ganzes Leben habe ich mich gefragt, ob ich diesen Tag erleben würde. Komm mit mir, Nicodemus. Und du erlebst noch mehr. Gott liebt diese Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das muss ich allen erzählen. Das hatte ich gehofft. Alles ist jetzt möglich. Siehst du das nicht? Gehen wir. Ich war damals so und jetzt bin ich vollkommen anders. Und das, was dazwischen passiert ist, das war er. Wir möchten es so machen, ab Ende Februar, dass wir sieben Zeistag miteinander zusammenkommen, dass wir miteinander eine Folge schauen, von dieser ersten Staffel und dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Und ich möchte dich einladen. Ich möchte alle von der Lenzkille herzlich einladen, dass wir uns auf so einer Reise beginnen mit Jesus. Aber ich möchte, dass wir uns überlegen, ob wir diese Einladung auch ausweiten und sagen, wer könnte ich mitnehmen auf so einer Reise, wer könnte ich einladen, um zusammen das nicht nur anzuschauen, sondern zu erleben und etwas zu spüren von dem, was Jesus sagt, und wer zu mir kommt, der werde ich nicht anweisen. Und ich habe so ein Anliegen, ich wünsche mir so, dass wir in ein Jahr gehen, wo wir uns nicht aufhalten von irgendetwasem, sondern dass wir die gute Nachricht, dass wir die Geschichte von Jesus raus tragen, dass wir Leute einladen, so wie Jesus Leute eingeladen hat, so wie Jesus Leute angezogen hat, dass wir als Einzelne, dass wir als Kille einladend und anziehend werden und Offenheit haben für alle Menschen. Ich will zum Schluss kommen und nochmal zurückgreifen auf den Anfang, als ich gesagt habe, mit den guten Vorsätzen, das ist manchmal etwas entmutigend, oder? 10 Kilo habe ich abnehmen, sind es noch 13 und ich will dich einladen, gerade jetzt in dem Moment nicht so sehr über deine Vorsätze anzudenken, sondern mehr über deine Prioritäten. Was soll in dem neuen Jahr wieder Priorität bekommen? Und ich lade dich ein, dass dieser Vers, wo Jesus sagt, wer zu mir kommt, der werde ich nicht anweisen, dass wir den wieder zu einer Priorität machen. Dass wir den für das Jahr zu unserer Priorität machen. mitgeben. Was du dir jetzt überlegen, in dieser Zeit des Lobpreises. Es hat auch hinten so grüne Kärtchen, die du mitnehmen und etwas aufschreiben. Die erste Frage ist, wie du diese Einladung von Jesus annehmen? Wie machst du das wieder zu einer Priorität? Dass du dich zu Jesus hin begibst? Dass du die Einladung von ihm annimmst? Und die relativ einfache Antwort ist, Platzraum. Hast dich draussen eintragen oder online? Nimm dir Zeit für den Gottesdienst am Sonntagmorgen. Mach das zu einer Priorität. Nimm dir Zeit in deinem Alltag für Jesus. Mach das zu einer Priorität. Das ist die erste Frage. Wie nimmst du die Einladung an in diesem neuen Jahr? Wie machst du Jesus für dich zu einer Priorität? Und die zweite Frage ist nochmals, wem kannst du helfen, den Weg mit Jesus zu entdecken? Wer leitet dir vielleicht den Heilig Geist heute aufs Herz? Und fange an, für die Person zu beten. Fange an, für die Person zu beten, dass der Heilig Geist sie vorbereitet, sie offen und interessiert macht, dass du die Person einladen an so chosen serien öben. Wo wir zusammen entdecken, wer der Jesus ist und ganz neuer Blick bekommen auf Jesus. Die zwei Fragen wird er mitgeben für die Zeit. Nachher im Lobpreis kann man auch hinter gehen. Es hat zwei Täschen, wo man persönliche Jahreslosungen ziehen kann. Man kann Einladungen mitnehmen für den chosen. Man kann grüne Zettelchen nehmen, wo man etwas notieren kann. Nehmt die Zeit auch, um auf Gott zu hören und von ihm Impulse überzukommen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der die Einladung ausspricht. Ich danke dir für den Vers, für die Lösung, die über dem Jahr steht. Danke, dass du sagst, wer zu mir kommt, der wird dich nicht abweisen. Ich bitte dich für alle, die zuhören, die vielleicht Mühe haben, zu dir zu kommen. Du sie ein wicklen in deine Liebe, in deine Barmherzigkeit, in deinen Trost. Jesus, ich bitte dich auch, dass du ganz neu uns zeigst, was es bedeutet, dich zur Priorität zu machen, uns Zeit zu nehmen für dich. Und zeig uns auch, wer du in unserem Umfeld siehst, oder wer wir sehen, die wir einladen auf den Weg, auf die Einladung zu dir. Ich bitte dich, Jesus, dass du in das Jahr, das vor uns steht, dass du uns Zuversicht und Hoffnung gibst. Und dass wir ganz neu mit dieser Einladung von dir in unser Umfeld gehen. Und so, wie du eingeladen hast, dass wir einladen. Dass noch viele Leute dich kennenlernen. Und Vater, dass dein Willen geschehen, dass die ganze Welt, dass alle Menschen dich kennenlernen. Das wünschen wir uns von Herzen. Amen.